Dann mit ein bisschen Tempo und strecken, beugen, strecken. Hi liebe Leute, ich bin zwar wieder Marc. Ein weiteres Klartext Video, ja, das muss einfach mal sein. Wieder ein bisschen provokante These und zwar die Mountainbike-Lügenpresse bezogen auf Fahrtechnik. Und das gibt es sowohl auf YouTube als auch in Magazinen. Und ja, da muss man einfach mal Stellung zu beziehen. Ich meine, ich habe auch schon viele Fahrtechnik-Artikel gehabt in Magazinen. Ich habe hier mal eins, kann ich mal zeigen hier. Das war ein mehrseitiger Artikel, geht noch weiter über Mountainbike-Basics und so. Und ich habe schon immer versucht, das wirklich auch so zu machen, dass da auch ein Nutzen dran ist, weil es da wirklich gute Tipps sind auch zum Lernen. Aber wenn ich jetzt mir ein aktuelles Heft aus der Mountainbike-Medienmose suche, also wird auch jetzt ganz aktuell, da ist natürlich immer Fahrtechnik-Artikel drin, das ist ja auch okay. Und mich freut das auch immer, weil ich dann mal gucke, was ist so aktuell bei den Leuten, bei den Kollegen. Aber wenn es schon auf dem Cover vorne draufsteht, so lernst du den Bunnyhop. Dann denke ich mir schon so, oh, was kommt jetzt? Oder eine Ausgabe davor war, lerne jetzt die neue Kurventechnik kennen. Ich habe dann geguckt und dachte so, hm, die neue Kurventechnik, bin ich mal gespannt. Und das ist natürlich so eine Art Clickbait im Printbereich. Also die neue Kurventechnik war überhaupt gar keine neue, sondern die, die seit 15 Jahren oder 10 Jahren, weiß ich gar nicht so genau, geleert wird. Auch nicht ganz up to date, würde ich mal sagen. Aber okay. Jetzt auch nicht irgendwie grundsätzlich falsch oder so. Aber ja, da wird dann gezeigt, wie diese Technik funktioniert. So lernst du den Bunnyhop. Steht denn da auf diesen zwei Seiten Fahrradingartikel wirklich, wie man den Bunnyhop lernt? Nee, natürlich nicht. Da wird nur gezeigt, wie ein hoher Bunnyhop geht. Und wie der dann zusammengesetzt ist, aus welchen Bewegungen. Aber auch wirklich nur eine Bildstrecke. Und ein sehr hoher Bunnyhop, den man auch überhaupt nicht braucht im Trail. Den ich auch, also den selbst ich, wenn ich dann für ein Fotoshooting so einen hohen Bunnyhop machen möchte, müsste ich nochmal üben, weil das brauche ich nie. Und ich rede ja von normalen Mountainbiken und nicht von Trailbiken oder BMX. Also wird wieder sowas Unerreichbares gezeigt, was für den E-Mountainbiker oder Mountainbike-Leser, Leserinnen, die ja meistens über 35, 45, 55 sind, auch eigentlich gar kein Thema ist. So Risiko und Bunnyhop. Aber da habe ich schon ein paar Videos dazu gemacht. Verlinke ich mal unten, warum ich das nicht gut finde, wenn immer sowas Unerreichbares gezeigt wird. Ja, das Gleiche gibt es aber auch auf YouTube. Zum Beispiel, lern den Wheelie in zwei Tagen. Gerade im englischsprachigen Bereich ist das total beliebt. Lern den Wheelies in zwei Tagen. Oder so kannst du ihn in, was weiß ich, in ein paar Tagen oder in Stunden lernen. Dann habe ich alles schon gesehen, was natürlich alles Schwachsinn ist. Weil so schnell kann man den nicht lernen. Entweder kann man ihn schon ein bisschen, weil man ihn in der Jugend vielleicht gemacht hat. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Tipps. Und dann hat man vielleicht einen entscheidenden Tipp, dass man länger als fünf Meter schafft. Aber man kann nicht neu den Wheelie mal eben so lernen in zwei Tagen. Wird es trotzdem über YouTube-Videos auch von professionellen Leuten, also professionellen Fahrern zumindest, so deklariert. Ich möchte euch ermutigen, auch wenn ihr den Grundstein in der Jugend für Wendio, Hinterradversetzen, Bunnyhop, also die Dinge, die euch was bringen. Wheelie macht auch Spaß. Wenn ihr das machen wollt, dann könnt ihr das auch lernen. Ihr müsst nur viel Mühe reinstecken, viel Zeit. Häufig hochfrequentiert üben. Typische Fehler machen, die per Videoanalyse sehen. Die dann vermeiden. Wissen, was man anders machen muss. Und auch mal mit dem äußeren Fokus üben. Nicht immer nur, ah, jetzt im Wheelie halte ich mein linkes Knie nach links, wenn ich nicht nach rechts kippen will. Sondern einfach mal Wheelies üben und sagen, ich will bis zu der blauen Stange da an der Straße fahren. Und dann mal den äußeren Fokus setzen. Das kann auch sehr helfen beim Lernen. Wenn man schon im Wheelie reinkommt, aber noch nicht so weit ist. Genau. Ich mache euch jetzt noch 10 Wintertipps. Das Video hänge ich euch noch hier dran. Dass ihr ein bisschen motiviert seid, ein bisschen üben könnt. Und ja, also glaubt nicht der Lügenpresse, um das jetzt mal so als, ähm, ja, ein bisschen mit Humor zu sehen. Natürlich wollen die Auflage machen. Aber wenn man Fahrtechnik-Trainer ist und man sieht immer diese, diese Sachen so, so lernst du den Bunnyhop und ist klar, so lernt man ihn nicht. Ich tue auch mal in die Links unten. Ich habe sehr ausführliche Artikel, wie man den Bunnyhop lernt, als PDF-Datei, gratis für euch. Und dann noch 8 Lektionen. In diesen 8 Lektionen lernst du den Bunnyhop. Und das gleiche auch für Manual, Wheelie und Hinterradversetzen. Also 32 Lektionen gratis auf YouTube für euch. Und ihr könnt in die Facebook-Gruppe, könnt eure Videos posten. Ihr könnt ins Mountainbike-Forum die posten. Also, bleibt dran. Ich freue mich. Und wir sehen uns. Bis dann. Hi, liebe Leute. Ich bin's wieder. 10 Easy-Bike-Tricks für normale Mountainbiker. Das soll jetzt nicht abwertend klingen für die, die schon mehr machen. Jetzt Basic-Tricks für den Winter zum Üben, fürs EMTB und das Mountainbike, Wheelie und so weiter. Direkt ein paar Tipps in der Auflistung und darunter noch die Tutorial-Videos, die dazu passen. So, natürlich ein Klassiker. Der sogenannte Trackstand. Ich verlinke unten mal das Tutorial. Und das könnt ihr wirklich selbst auf dem Arbeitsweg oder auf dem Weg zur Schule oder zur Uni, was ihr gerade macht, super üben mit dem Fahrrad. An der Ampel ist natürlich so ein bisschen vielleicht zu ablenkend. Wenn es leicht bergauf geht, wie hier, ist es sehr gut. Man stellt sich dann, bremst ab, wird immer langsamer. Bis man steht, dann schlägt man das Vorderrad ein. Und dann steht man entspannt mit geraden Beinen und dem Gewicht auf den Füßen. Und ja, und jetzt muss man natürlich Ausgleichsbewegungen machen. Am Anfang kann man sich auch mal an der Bank oder sowas abstützen mit dem Vorderrad, wenn man das noch gar nicht kann. Ja, und dann wird man merken, durch so Kettenzug nach vorne und hinten wird es einfacher. Also die Bremse bleibt dann offen. Das geht auch in der Ebene. Ja, und dann fängt man an, rumzuspielen und nimmt man vielleicht die Hand weg. Wenn man beide Hände wegnehmen will, dann sollte man das Fahrrad am Oberrohr oder am Sattel am Bein abstützen, dass man da stabil ist. Dann kann man das für eine Fotoaufnahme schön machen und dann schön die Kamera lächeln und einmal die Flügel ausbreiten und dann geht es weiter. Der nächste Trick, den man jetzt im Winter gut üben kann, ist der Wheelie. Und das geht auch mit dem E-Mountainbike. Ich empfehle am Anfang, lasst aber ruhig mal den Motor aus, dass ihr erstmal ein Gefühl kriegt, dass der nicht so stark hinzusteuert immer. Und nachher, wenn man das dann schon ein gutes Gefühl hat für den Wheelie, kann man auch den Motor hinzusteuern. Dann ist man daran gewöhnt, dass der Motor zusteuert und man hat eh schon ein Gefühl für diesen runden, ruhigen Tritt, dass man im Wheelie halt gut fahren kann. Aber erstmal zum Kennenlernen, gerne auf Off stellen oder maximal Eco. Dann kleine Bewegung, Impuls setzen und ganz entspannt im Wheelie fahren. Ich verlinke unten mal das Tutorial, was ich letztens nochmal hochgeladen habe mit dem Geheimtipp. Ihr könnt das nämlich entscheiden, wollt ihr wirklich, bevor ihr richtig lostrittet, euch klein machen und dann die Arme strecken. Das wäre so ein Weg, der gut funktioniert. Oder was man machen kann, dass man sich auch klein macht. Und wenn man dann lostritt, dass man ruhig direkt den Lenker ein bisschen mit hochzieht. Vorher ist man mit dem Po nach vorne gerutscht und kann dann mit dem Po auf das Sattelende drücken. Das heißt, so, das fordert hochhalten. Dann hat man nicht mehr diese Zugkräfte in den Armen, sondern ist so ganz entspannt mit gebeugten Armen. Das geht auf jeden Fall auch gut, vor allem, wenn ihr anfangen wollt mit Wheelie-Tricks, One-Hand und so weiter. Also, Nevio, der auch gleich noch den Nose-Welie zeigt, macht die Wheelies gerne mit dem Motor auf guter Unterstützung an. Dann muss man halt ein bisschen immer mit der Bremse arbeiten. Ja, seht ihr. Also, und alle, die ein E-MTB fahren, ihr könnt es auch auf Turbo oder in hohem Modus auch machen, wenn euch das so lieb ist. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Danke dir, Nevio. Geht auch gut bergab. Fingerspitzengefühl an der Hinternbremse. Wheelie starten und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ruhig mal mit der Hinterbremse bewusst beenden, damit ihr wisst, wenn ihr mal zu viel macht, das ist am Anfang sogar auch nötig, dass man ein bisschen zu viel gibt, dann kann man hier hinter den Finger bremsen. Ein Finger fällt das Vorder wieder runter, das ist für eure Sicherheit. Man kann auch nach hinten abspringen, aber manchmal, wenn die Dynamik zu groß ist, bleibt man vielleicht mit den Schuhen noch am Pedal kleben. Wer weiß, also safer ist auf jeden Fall, es mit dem Finger zu machen. Trick Nummer 3 wäre der One-Hand-Wheelie. Das kann man halt auch gut machen. Dieser Parkplatz geht leicht bergauf, dann ist es einfacher. Und wieder gucken, dass ihr die linke Hand nehmt, weil die rechte braucht ihr zur Sicherheit am Bremsfinger. Dann könnt ihr ja langsam anfangen. Wichtig ist, dass ihr mit dem Po aufs hintere Sattelende drückt. Dazu rutscht ihr ein bisschen nach vorne. Und dann kann ich halt meine Arme lockerer haben. Und die Hand, wenn ich die wegnehme, dass ich nicht die ganze Kraft in der einen Hand halten muss. Genau, das ist eigentlich ein ganz spaßiger Wheelie-Trick, weil dann kann man halt auch für winken oder irgendwie coolen Gesten machen, keine Ahnung, was in der Hand halten. Und die ganzen Cracks, die richtig viel Übung haben, suchen sich sogar ein bisschen steileren Berg mit dem leichten Bike und machen sogar ein No-Hand-Wheelie. Das kann ich euch leider nicht zeigen, aber noch ein Tipp für den One-Handler. Also, erst mal so ganz klein anfangen. Und dann kann man mit dem Schritt-für-Schritt-Prinzip halt immer mehr die Hand wegnehmen, immer länger. Genau, auf jeden Fall Trick 3, der One-Hand-Wheelie. Lustige Spielerei. Und das kann man noch weiterführen, was ich jetzt selber gar nicht mache. Dass man sich so eine Laternenmasse und Schildmasse nimmt und dann die Hand dran hält und dann so im Kreis drum zirkelt. Und ja, da gibt es Twili, wenn man es an einem Bau macht. Gibt es auf jeden Fall viele Varianten mit dem One-Handed Wheelie. Trick Nummer 4 ist der sogenannte Stoppy. Ja, den kann man natürlich üben, wenn man Hinterrad versetzen will und so Geschichten. Oder wenn man einfach gerne um eine Spielerei will, das kann man nachher dann noch mit One-Handed oder sowas kombinieren. Also, es gibt sehr viele Stoppy-Tricks. Aber erst mal Step-by-Step herantasten. Sich wohlfühlen mit der Vorderbremse. Und dann mit langsamem Tempo anfahren. Die Vorderbremse viel vollziehen und dabei so eine kleine Tief-Hoch-Bewegung machen. Also erst tief und dann mit der Bremse hoch. Dann unterstützt das. Und wenn das Hinterrad so richtig hochkommt, dann beugen sich automatisch die Beine. Und der Sattel wandert so schön nach vorne unter ein. Damit man nicht das Gefühl kriegt, man geht sofort über den Lenker, kann man das Rad so ein bisschen unter sich arbeiten lassen. Ich mache es mal vor. Also, wer noch kein Stoppy gut beherrscht, sollte wirklich erst mal mit langsamem Tempo das austesten. Und dann auch ruhig die Vorderbremse komplett bis zum Stillstand. Nachher kann man immer noch variieren, dass man sagt, man will zum Beispiel dann noch ein bisschen schleifen lassen. In der nächsten Lektion zeigt Nevio den Nose-Wheely. Dann könnt ihr damit spielen. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Spielerei. Jetzt noch einmal einen kleinen Trick dafür. Für einen Stoppy wirklich langsam rantasten. Erst mal gucken, was passiert, wenn man die Stolpe vor der Bremse stark zieht. Und dann nach und nach diese Tiefhochbewegung mit. Und dann unterstützt man das Hochkommende Hinterrad. Und wenn das Hinterrad dann richtig hochkommt, dann lässt man es so schön in den Körper rein. Der Sattel wandert nach vorne. Dann seid ihr auf jeden Fall safe. Wer sich wohler fühlt, kann auf einer Wiese üben. Jetzt im Winter vielleicht, wenn die hart gefroren ist und nicht so durchgematscht. Vielleicht fühlt man sich dann wohler. Ja, das war das Stoppy. Safety first, macht das bitte in kleinen Schritten, wenn ihr übt. Und dann ist es auf jeden Fall ein cooler Trick, den ihr immer im Winter optimieren könnt. Und mal richtig schön hochkommen. Und das hilft euch dann für das Gefühl, auch dann fürs Hinterradversetzen. Jetzt kommt der Nose-Wheely. Ne, warte nochmal, jetzt. Jetzt kommt der Nose-Wheely. Ja, Nevio, danke fürs Film und fürs Nose-Wheely machen und mal gucken, was du noch machst. Ja, Trick Nummer 5, würde ich sagen, Nose-Wheely kennt ihr vielleicht schon vom Hörensagen. Und ich habe das Mikro an, deswegen erzähle ich es. Und der Nevio macht es mal vor. Ich verlinke mal sein Instagram hier drunter. Und dann braucht ein gewisses Grundtempo. Und dann leg mal los. Also, habt ihr gesehen, gutes Fingerspitzengebühr für die Vorderbremse. Ein Stoppy, den ich euch gerade gezeigt habe, den solltet ihr dann auch schon drauf haben. Und jetzt im Unterschied ist, man kann das auch gerne im Sitzen machen, so wie Nevio das gemacht hat. Und man braucht mehr Schwung. Und wenn das Hinterrad dann hochkommt, dann lässt man die hintere Bremse schleifen. Nevio, zeig mal noch einen. Und ja, ganz wichtig, ihr könnt die Vorderbremse immer loslassen. Wenn ihr merkt, es ist zu heikel, dass ihr über den Lenker geht. Und tastet euch da in kleinen Schritten voran. Ich habe schon heute erlebt, die waren da nicht ganz so routiniert mit. Und wenn die dann zu schnell losfahren, ist wirklich das Risiko, dass ihr über den Lenker geht. Der nächste Trick, den ich euch auch noch zeigen kann, ist das Fakey. Also rückwärtsfahren, das nennt man Fakey. Das kann man erstmal anfangen, aus einem Trackstand so ein bisschen herumpendeln. Dass man ein Gefühl für den Kettenzug kriegt. Also mit einem passenden Gang natürlich. Vor, zurück. Dann kann man sich so ein bisschen nach vorne wägen und nach hinten dann einmal mittreten. Das ist eine gute Übung. Wenn man noch gar kein Gefühl fürs rückwärtsfahren hat, kann man auch erstmal die Füße auf den Boden und so ein bisschen rückwärts laufen und dann so ein bisschen mittreten. Ja, das ist natürlich alles wieder Übungssache. Das kann man dann verbinden mit einem kleinen Stoppy. Also einen kleinen Stoppy machen. Und dann rückwärtsfahren. Ich habe jetzt sehr früh wieder aufgelöst. War jetzt auch nicht so wirklich übe. Wenn ich jetzt mehr übe, könnte ich auch noch deutlich länger machen. Und Leute, die das so richtig lang machen, die machen dann manchmal so kleine Korrektur-Hopster. Wenn sie keine freilaufende Arbeiten haben, wie beim BMX oder so ein Neutral-Gier, quasi einfach einen Ritzel rausgenommen haben. Trick Nummer 7, der Manual. Ein schöner Trick. Auf jeden Fall 100 Videos habe ich schon dazu gemacht. Und da verlinke ich mal die letzten aktuellen. Und da werdet ihr merken, das ist natürlich eine coole Sache auch im Trail. Deswegen, wenn ihr das jetzt auf dem Parkplatz im Winter schön übt, könnt ihr euch das dann im Trail nachher helfen, durch eine Mulde, eine Welle, durch Matschloch, zu Manualen. Und die, die schon mehr machen können, natürlich auch irgendwie zu Manual Landing oder es gibt unendliche Möglichkeiten. Wichtig ist, macht am Anfang immer eine Kette. Also wenn ihr die Bewegung macht, das Tutorial verlinkt ich euch mal, dann könnt ihr am Anfang ruhig mal ein bisschen zu viel geben und bewusst die hintere Bremse ziehen. Stark Manual, Bremse und nur die hintere, dann kommt er voll wieder runter. Das ist wichtig, dass ihr diesen Rettungsanker dann habt. Kleiner Tipp für die, die schon really können, wenn ihr jetzt Manual macht, bitte macht das mehr aus dieser Bewegung, dass ihr die Beine streckt und beugt. Und nicht in Manual so eine feste Position gehen. Und dann wie beim Wheelie mit der Hinternbremse machen. Sondern wirklich die nur als Notanker nehmen und dann aus den Beinen den Manual machen. Dann mit ein bisschen Tempo und Strecken beugen, Strecken beugen. So liebe Leute, Trick Nummer 8 ist das Vorderradversetzen. Das funktioniert auch mit einer Tiefhochbewegung und dann immer so einem seitlichen Impuls. Also eigentlich ziemlich simpel. Dann kann man halt immer sich so seitlich rum. Hartier, Fully ist egal, das geht immer. Kann man verwenden, zum Beispiel bei Spitzkehren, wenn man das Hinterrad da nicht versetzen kann und man will um die enge Kehre kommen, dann kann man noch so das Vordraht umsetzen. Ja, also man kann es auch, ich lasse gerne die hintere Bremse so ein bisschen auf. Dann kann man so ganz rum. Man kann aber auch mit gezogener Hinterbremse, dass man die hintere Bremse dann zieht und dann so rum. Vorderradversetzen, wenn ihr das jetzt schön im Winter übt, macht ruhig beide Seiten, also auch die schwache Seite. Und dann habt ihr direkt beide Seiten drauf. Auch eine schöne Übung. Also mal ein ganz abgespaceder Trick, der, boah, weiß gar nicht, wie man den nennt. Ich würde einfach sagen, mal rückwärts fahren. Also wenn ihr wirklich einfach nur Spaß, Bock habt auf eine recht sinnfreie Gaudi, dann könnt ihr die Bremse ziehen. Ich mache es hier mit einem kleinen Finger. Auf den Vorbau Lenker setzen. Das Pedal richten. Dass man losfahren kann. Und dann, das ist wirklich total witzig fürs Gehören, wenn man merkt, alles ist andersrum. Dann die Bremse lösen, losfahren, gut einen Gang haben. Ja, und dann eine Kurve zu fahren, ist halt echt total witzig. Und Bremsen und so, also ist erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. Rückwärts fahren auf dem Lenker. Also, ein recht sinnfreier Trick, der aber Spaß macht. Unschwer zu erkennen, Trick 10. Da hätte ich vielleicht auch ein bisschen nach vorne schieben können. Ich weiß aber, unter uns normale Obalkern, also nicht die jungen Wilden oder die alten XB-Mixer oder die Schneewigkeiten fahren, einfach ziemlich gute Fahrer. Aber für die ist der Bunnyhop in der Regel noch ein Thema, den man entweder noch erlernen muss. Oder man hat nur so eine Grundbewegung drauf, will jetzt ein bisschen die Höhe oder das Timing halt sicherer machen. Und ob mit dem EMTB oder mit dem Mountainbike, super wichtige Sache. Also, deswegen ein sehr, sehr, sehr sinnvoller Trick, weil man den in der Linienwahl im Download immer wieder benutzt. Und ob man dann wirklich nur noch einen Bunnyhop-Contest macht, immer höher ist. Eine andere Frage mache ich selber auch nicht mehr. Ein paar Tipps dazu und unten das Tutorial für den Bunnyhop. Einmal demonstriere ich den Bunnyhop. Ja, das war jetzt First Strike. War ziemlich kalt, aber ich glaube, es hat trotzdem ganz gut geklappt. Es geht darum, dass man das Vorder- und das Hinter- und das Anlupfen so vorbereitet, dass man das in der flüssigen Bewegung kombinieren kann. Und mein Tipp ist, wie gesagt, ich verlinke euch das Tutorial, wo ihr das nochmal üben könnt. Bitte zieht am Anfang die Schienmannschuhe an und achtet darauf, dass es auf Dauer wirklich ein richtiger Sprung wird. Weil viele sind nur am Reißen, wie sonst was, was man natürlich nachher auch noch machen kann. Aber erst muss man richtig abspringen. Also erst das Vorderrad im Manualimpuls hochbringen und dann von da aus richtig springen. Und es gibt tausend Tutorials dazu. Unter anderem auch mein Online-Coaching, was ihr erwerben könnt mit acht Lektionen. Aber ihr müsst jetzt wirklich sehr viel üben. In kleinen Schritten lieber erstmal nur Vorderrad, dann Hinterrad, dann beides, dann die Wippe, dann der kleine Hopp und dann erst ein höherer Bunnyhop. Nehmt euch Hindernisse, die nachgeben und keine fixen, die euch zu Stürzen führen können. Also die Königsklasse, der Bunnyhop, ideal jetzt im Winter zum Üben. Also vom Bunnyhop muss der Manualimpuls sitzen. Also wie das schon erklärt, dann muss das Abspringen sitzen aus den Beinen. Dann kann man das schon mal verbinden. Erst Manualimpuls und dann direkt hoch. Dann landet das Vorderrad zuerst, dann hat man diesen Bunnyflop, wie den die Amerikaner nennen. Ich sage eigentlich immer Minihop, Mini Bunnyhop. Und dann ist ja dieser Unterschied, dass man schon eine Rodero-Begung hat. Vorderrad zuerst, Hinterrad danach. Und viele, die halt denken, sie machen Bunnyhop, reißen aber nur beide Räder gleichzeitig. Das ist dann der Standardhop. Deswegen ist da die Unterscheidung. Und übt den Bunnyhop und ich mache noch einmal vor. So, kleiner Bunnyhop. Ich mache meistens den Zweck Bunnyhop. Nur für so normale Höhen. Es gibt auch den richtig hohen Bunnyhop, da verlinke ich das Video. Habe ich mit Björn gemacht, der auf Trail gefahren ist. Ich mache das sehr selten. Deswegen, übt, rostet nicht ein, nutzt den Winter. Das waren 10 Tricks. Schön viel üben. 10 Minuten am Tag reicht. Man muss ja nicht immer stundenlang oder nur am Wochenende. Haut rein.